hi leute willkommen zu einem neuen video nach einer langen zeit mal wieder wir sind in talks malaga in andalusien und ich habe mir gedacht dazu müssen wir unbedingt wieder ein urlaubslog machen deshalb machen wir das heute also viel spaß beim zuschauen ich hoffe euch gefällt wie im letzten urlaub gibt es wieder ein frühstückbuffet wo es so ziemlich alles gibt und das war mein frühstück so seien übrigens die zimmer aus in jedem zimmer gab es auch glasbehälter womit wir unser wasser immer wieder auffüllen konnten wir sind heute morgen aufgewacht und da habe ich gerade aus dem balkon gesehen dass es hier so einen riesigen markt gibt auf diesem parkplatz hier der eigentlichen parkplatz aber jetzt ist ja keiner mehr und es sieht sehr interessant aus deshalb gehen wir gleich mal hingucken was es da so gibt wie gesagt sind wir nach dem frühstück zu fuß dort hingelaufen und haben uns erst mal umgeschaut es gab verschiedene sachen von o's bis zu klamotten und es war wirklich für jeden etwas dabei diese dinger fand ich etwas komisch aber tatsächlich hatte ich auch mal so ein als wir in diesem stand vorbeigelaufen sind haben mein bruder und ich uns zwei anhänger mitgenommen weil die voll niedlich waren und von denen auch weil die voll praktisch waren und coole farben hatten nachdem wir vom markt gekommen sind sind wir wieder ins hotel gelaufen um uns für den strand fertig zu machen der strand war zwar nicht der schönste wegen den vielen steinen aber wir haben die immer gesammelt und es waren wirklich auch einfach schöne dabei außerdem haben wir fische im wasser gesehen was das ganze noch besser gemacht hat nach dem strand sind mein Vater und ich noch basketball spielen gegangen ich bin zwar nicht die beste aber ich lerne noch zum abkühlen ging es dann in den pool und dann zum mittagessen nachmittags haben wir dann beschlossen in den supermarkt zu gehen um einfach mal zu gucken da haben wir dann auch miguel und juan die rettungsschwimmer getroffen die heißen übrigens nicht wirklich so jetzt zeige ich euch die aktivitäten die wir abends immer gemacht haben das war's mit dem vlog ich hoffe euch hat's gefallen und wir sehen uns im nächsten video wieder auf